Als Siemens Mobility Services bieten wir unseren Kunden intelligente und effiziente Ersatzteillösungen im Schienenverkehr. Die Siemens Mobility ist für uns ein langfristiger regionaler Partner, mit dem wir seit 2003 sehr intensiv zusammenarbeiten. Mit der SWU sind wir seit sehr vielen Jahren eng verbunden. Wir arbeiten gemeinsam daran, die Fahrzeugverfügbarkeit möglichst hoch zu halten. Dabei helfen uns neue Technologien wie das Additive Manufacturing. Die erste Anfrage der SWU bezog sich auf die Integration von drei zusätzlichen Bedienelementen in die Armlehne. Im Laufe unserer Arbeit hat sich gezeigt, dass weiteres Verbesserungspotenzial besteht und so wurde schlussendlich die komplette Neuentwicklung der Armlehne von der SWU an uns beauftragt. Wir haben uns in diesem Fall für die Produktion mit der Fortis 900 MC der Firma Stratasys entschieden. Der Drucker ermöglicht es uns, unseren Kunden Ersatzteile schnell und kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Die additive Fertigung ist wesentlich schneller als die bisherige Fertigung. Das heißt, wenn wir Ersatzteile bestellen, können diese wesentlich schneller ausgeliefert werden als bisher. Bisher waren wir an Lieferzeiten und Mindestbestellmengen gebunden. Die Fortis 900 ermöglicht uns, Kundendesign individuell zu fertigen. Die Lieferzeit hat sich von vielen Wochen auf wenige Tage verringert. Wir hatten jede Menge Wünsche, was wir gerne in diesen Teilen eingebaut hätten und die wurden von Siemens 1 zu 1 umgesetzt. Wir fertigen nicht nur Armlehnen für die SWU, sondern auch Kupplungsschürzen. Wir benutzen die synthetischen Materialien von Stratasys, um die zwingend notwendigen Brandschutztests zu bestehen. Bisher kamen in diesem Bereich vor allem Glasfaserverstärkte Bauteile zum Einsatz. Bei langer Lagerhaltung verlieren diese oft an Maßhaltigkeit. Mithilfe der Fortis 900 lassen sich sehr präzise Bauteile fertigen. Wir müssen eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit sicherstellen und dazu benötigen wir auch die Ersatzteile. Heute sind die Bestellwege extrem kurz. Wir haben ein Online-System. Man sucht sich die Komponente aus, bestellt sie online und dann ist das für uns ein Druckauftrag, den wir ausführen. Mit unserem FDM-Drucker der Firma Stratasys können wir unseren Kunden individuelle Kleinserien anbieten. Das hat unser Serviceangebot von Grund auf verändert. Unsere Kunden haben dadurch den Vorteil, dass sie ihre Lagerbestände auf ein absolutes Minimum reduzieren können.